Barristan und Apodev. Zwei Chaoten folgen ihrem Weg. Okay, jetzt muss ich schnell was essen und nach oben. Oh Gott, dann haben wir auch noch mein Schwert kaputt. Bös! Eisenschwert? Ja. Oh Gott, da ist es nicht auch so schlimm. Ja, aber Shatterkins mit... Schlecht vorbereitet. Schlecht vorbereitet. Oh ja. Okay, Spitzhacker hab ich. So, die Amenschwert würd ich mal bauen, ne? Bestimmt. Bam, die Amenschwert. So, jetzt gehen wir mal Schwener zu verzaubern. Was nehmen wir denn da? Mal hoffen, dass was Geiles rauskommt. Boah, das ist immer so aufregend hier. Nimmst du gleich das erste? Ja, komm. Oh, oh, Hammer, geil. Was hast du denn? Das freut mich. Warte mal, ich muss ja erstmal gucken, was das hier verzauern. Für was das eh nicht ist. Plünderung? Ich weiß, wenn du eine Plünderung hättest, wär das mega geil. Okay. Äh, äh. So, was war das jetzt nochmal? Vergessen siehste. Äh, okay. Okay. Schwerter, Schwerter. Zwöl bis zu zwöl. Okay, also ich hab Bann 4. Es erhöht Schaden gegen Zombie, Zombie, Pikmin und Skelette. Ja. Dann Rückstoß 2. Und Plünderung 3. Geil. Okay. Geil, Plünderung. Ah, ist schon geil. Schwert mit Plünderung ist einfach bloß mega. Das ist geil. Und da ich das jetzt auch reparieren kann, fühl ich das noch geiler. Oh, ja. Ich hab Bock jetzt irgendwas zu töten damit. Okay, ich lege das vorbei. Den Scheiß, ich... Was ist? Dimm, 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 dimm. Ries. Der Wokertur. Heißt du. Okay. Toor und toor. Ich muss mich über den Zocker berühren. Ich würde irgendwas töten jetzt im Winter Ich finde, dann findest du nichts hier Bist du, Alter? Bist du, Alter? Bist du, Alter? Okay Guck mal, der hat doch schon eine Form gebaut, die hab ich schon gar nicht gesehen Nein, die hab ich auf uns gebaut Ja, ich muss schon mit dem angucken Ui, 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 ui Ach, cool Also mit, mit, mit Sepp Außeneingang, das ist ja okay Was? Naja, so mit den, mit den, mit den Mauern Ja Ja, cool Alles klar, find ich cool, find ich cool Okay Lagerhöhle, Lagerhöhle Ah, ich komm, wir sind ja weiter, also Was? Klar Nö Ja, was? Okay, dann muss ich, muss ich das noch Wie bist du da reingekommen? Das ist vielleicht die andere Frage Ich hatte die Treppen gesetzt, wo ich runtergelaufen bin Achso, okay Ja, hab mal Ja, ne, da musste ich noch eins wegmachen Und eine schwebende Kiste, wuhu Ja, hab mal, ne, jetzt komm ich helfe dir wo so Achso, du bist unten Ja, ich will bisschen Scheißen aufsammeln, also Ja Oder ich geb, ich hau die dir dann rüber, ich seh so, was ich sag Ja Ich brauch's, ne, also Wenn das haben willst, kannst du's haben Und deine Ecke weg Ah, guck mal Eisen Eisen Hehehe Ja, ne, ist klar Hehehe, verdammt Hey, da klappen wir Okay Was muss noch weg? Ja, eigentlich noch mal die Wände und die Decke, weil ich noch irgendwas anderes als Material will, aber da will ich noch was Hehehe Aber weghauen können wir's trotzdem schon Ja Alles klar, da mach ich immer schnell mal mit, da geht's ein bisschen schneller, ja Weil du wärst bei mir erst in der nächsten Offenheit anfangen mit Nederwarzenzeugen oder was Ja, so ist Lärten wir dann vielleicht nur noch, äh, auf den Himmel gehen und, äh, den Brautisch bauen Ja Dass du dran denkst Ja Ganz vergess ich's So, Wände auch noch raus, ne? Wände und der Boden, oh Okay, dann mach ich mal den Boden Uh, hohoho Das ist nett, das ist nett Das ist sehr nett da drüben Klasse Na, vor allem Guck mal, ich baue das mal ein Stück ab Oh, scheiße, Entschuldigung Das war nicht mit Absicht Alter, Alter, Alter Warte, ich geh mal kurz hoch Ah Hammer Hammer Erstmal nehmen wir Wasser reinhauen eigentlich Ja Will ich auch grad hören Was ist dicht? Hab ich doch immer dabei Zumindest im Griff näher Da ist das Ding dicht Was ist dicht? Du klasse Hüller Okay, ja Hm 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 Ah, ist alles mit der Spitzacke weg Hm Hm Es ist da Haben ja die gleiche Spitzacke Vorsi Nee, ich mach grad mit meiner Eisen Ach so Hm Hm Das tue ich Das tue ich Da ist noch Eisen in der Wand, ne? Ja, ich will's Das war klar Ja Jetzt hat er meine Fackel abgemacht Da ist es Besonder Ich hab's bloß gemerkt, weil es finster war Ach Also, finster raus, sagen wir's mal so Ja Ja Die Wand neben dir muss dann auch noch mit weg Äh Äh Ist das schon wieder Eisen in der Wand? Die Wolves Die Wolves Eisn Da ist auch noch Eisen Da ist Eisen Da ist Eisen Weißt du die Wand, sagst du? Ja genau die Ich hab's nicht so Ich hab's nicht mitgegelt Das ist ja Mit der Wand Jetzt ist die Wand Da ist kein Problem Ja, das ist ja 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 Wir müssen uns Genau sind die Dinge entstanden da, der Gasthof auf der anderen Karte Achso Na klar Äh, was muss jetzt noch weg? Hinten? Äh Hinten und hier an der Seite, wa? Die Wand hab ich schon Aber hier hinten muss er Die hab ich noch nicht weggehalten Ah, muss auch noch nicht weg Das sind immer die schönsten Arbeiten, abbauen, abbauen, abbauen Oh ja Und den ganzen Scheiß dabei sammeln Das stimmt So Warte, ich geb dir gleich mal den ganzen Scheiß hier Aber das ist alles weiter vorne hin 21 Block Eisenerzabschützler gekriegt dadurch Hammer Und den Rest, den werde ich dann Denk ich mal Das nächste Mal machen Oh, ich hab nicht Los, hoppala, hoppala Ah, genau so Weißt du, was ich für eine Idee hab? Das Licht ausmachen Das ist noch keine Nachtruhe Scheiße Das ist meine unterirdische Monster Arena Wo Barry immer gegen Monster antreten darf Ja Ja, naja, naja, naja Trau dich doch mit nem geilen Schwert Mit einem Banden, Rückstoß und Flüterungsschwert Baaah Ich hab Feuer und Rückstoß Und Verbrennung Äh, und Schärfe Was hast du für Rückstoß? Ich hab alles auf 1 Das hat's doch damals gemacht mit Level 7 oder so So, ja, na gut Ich hab Rückstoß 2 Hey Oh, es ist Nacht Das gefällt mir Ich will irgendwas kaputt machen Ich will was kaputt machen Töten Oh, hier ist ein Creeper Ha 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 Cool Komm her Wah se denn, du hast die Klotz-Respekt Ha 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 Was schön, als im Zombie 4 Stück Fleisch rausgekriegt Warum ne? Fetzt schon Ja, ich glaube, das wird so richtig cool, wenn ich das so mache Ja, das fetzt mir Das fetzt Oh, ich muss was essen Hunger Oh ja Da ist noch ein Zombie Ja, Zombie Mein Sohn Schwert hätte ich am Anfang gebraucht So zwecks Kühe und so Ja, das ist recht praktisch Und ich muss jetzt erst mal fix bei Eichen pflanzen Ah ne, ich würde es auch mal beenden, das jetzt erst mal Jo, ich renne erst mal zu mir nach Hause Hey, guck mal, ein Kürbis ist schon fertig Kürbis, Kürbis, Kürbis Der war vorhin schon fertig Sind die Möhren schon hier fertig? Oder? Ne, die brauchen noch ein bisschen So, jetzt hättest du schon eine Möhren mit in die Hand gedrückt, aber Hier ist gerade Enderman-Versammlung Wo? Wo? 1, 2, 3, 4 Wo es Boom gemacht hat So Ich wollte eigentlich, wollte eigentlich jetzt nach Hause, aber irgendwie komme ich an den Enderman hoffentlich vorbei Töten Komm da, komm da, komm da, los Perle, Perle, hier hast du Ja, die kriegst du da Kannst du behalten, wenn du willst Ich hab schon Fünfe Ich hab schon Fünfe Hab ich gerade erwischt, scheiße Stand gerade alles um mich drinnen Ich hab nichts gesehen Ich bin schon wie tot Ich bin schon wie tot Boah Ich hab gerade nichts gesehen, tut mir leid Ey, wie Warte mal, du kriegst noch Perlen von mir 2 hab ich schon geknüpft Hab jetzt immer noch Fünfe Okay, so viel brauche ich, aber wo? Ah, die Chance könnte ich mir gerade nicht gehen lassen Das stimmt Wenn du schon 4 Enderman-Produktur hast Was war das? Ich hatte noch 3 Herzen Nach dem, die mich geschlagen hat Okay Aber war nicht geplant Nee Oh, ein apokalyptischer Reiter, wollte ich sagen Ja Ja, so ein Zombie-Pigmin-Dingsbums Ach so Ah, das Zombie steckt gerade äh Äh Skelett-Dingsbums Ach ja Skelett-Reiter Alter, das ist unsichtbar Das schießt meine Kühe ab Oh Gott, ich muss nach oben Das ist der Rescher da tot Oh Gott Ja, hier steht ein Creeper unten Leck mich doch Ach Gott So, ich will meinen Scheiß noch abladen Dann können wir von mir aus Feierabend machen Ich hab jetzt 6 Ender-Ferns übrigens Ich hab 8 Find ich schon nice Das sieht allgemein mit Rohstoffen bei mir nicht schlecht aus Mit den wertvollen Sachen Ja Die Diamanten hab ich bloß 7 Bloß Ich hab bloß Können viel mehr sein Ach so, ich wollte ja mal was ausprobieren Oder? Nee, mach ein Stück später Ich kann jetzt noch fix reparieren hier Dass ich hier noch Platz in der Kiste hab So Wunderbar So Wunderbar Wunderbar Wunderberg Wunderbar 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 Tschüüüüüü!